Und jetzt ganz vorsichtig. Und damit herzlich willkommen zurück beim Metro 2033. Und hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Such immer Schrott, Munn, alles was sie ausgraben können. Manchmal findet man die Toten, steif gefroren, wie Schneemänner in Lumpen. Durchsuche den Raum sorgfältig, vielleicht findest du ein Lager. Ja? Oft bauen die sich an der Oberfläche verstecken, nur für den Fall. Schau dich einfach genau um, dann werden wir keine Probleme mit Ersatzfiltern und Munition haben. Sagt ihr so leicht? Was haben wir denn hier? Ah, ein Filter, den können wir bestimmt noch gebrauchen. So, yes. Danke, mein Freund. Okay. Bereit? Gehen wir? Halt, halt, halt. Du hast gesagt, geründlich umschauen. Ja, so viel zu grün, die umschauen. Ja, ja, schon kapiert. Jetzt geh ich zuerst da lang. Und jetzt ganz vorsichtig. Als sie jetzt halt hier schon erahnen können. Krasses Ding, ey. Krass. Manchmal findet man die Tote, steif gefroren, wie Schneemänner in Lumpen. Okay. Durchsuche den Raum sorgfältig, vielleicht findest du ein Lager. Oft bauen die sich an der Oberfläche verstecke, nur für den Fall. Schau dich einfach genau um, dann werden wir keine Probleme mit Ersatzfiltern und Munition haben. Du hast ja schon vergessen, wo ich schon war. Beziehungsweise, wo ich was gefunden hatte. So, ein Filter war da noch drin. So. War schon eins weniger als letztes Mal. So, halt, jetzt möchte ich aber nach oben schauen. Alter, alter, bin ich erschrocken gerade. Oh, eine frische Gasmaske wäre da. Geht die tauschen? Nein. Ist hier oben sonst irgendwas? Oh. 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 Außerdem mein Schöner. Und dir. Okay. Weiß ich auf jeden Fall schon mal, was uns da unten erwartet gleich. Draußen. Aber wir sind ja zum Glück nicht alleine. Und wir haben noch... bisschen Zeit. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Ich bleib so lange mal in deiner Nähe, mein Freund. Das klingt nicht so gut. Versteck dich, Junge. Ich bin versteckt. Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann kriech in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Die haben wir vorher schon gesehen. Die da sind das. Die Geflügelten. Das hat er da erst weg. Bestimmt. Achtung. 3, 2, 1. Nicht. Okay. Das ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Wie? Der war vorbereitet. Was? Was nenne ich nun wirklich Späsch? Ähm. Autsch. Ach. Sag bloß. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage. In der oberen Etage. Lustig. Okay. Irgendwas ist noch passiert. Ich weiß nicht was. Aber ich will auch gerade gar nicht gucken gehen. So. Alles mitnehmen was ich finden kann. Weiß nicht. Idioten sagen auch noch vorher. Oh wir sind nicht alleine. Ich hätte. Oh. Oh. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung ey. Scheiße. 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 Okay. Ombre Nummer 1 ist tot. Wie viel habe ich eigentlich? Äh. Keiner weiß. Wo hast du nicht das Tier gehe? Ich habe. Wenn du mir nur gucken. 94. Militärmunition habe ich noch. Okay. Ich habe gerade noch ein paar Filter gekriegt. Das ist gut. Kann ich die nicht tauschen? Nein. Nein. Das klingt nicht gut. Das klingt ganz und gar nicht gut. Ich habe aber auch keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade richtig bin. Ah. Schaden. das klingt nicht gut. Ich will nur kurz einfach... Ich will hier drücken. Oh, da ist es doch. Oh. Oh, mei, mei. Scheiße, ich will ein ganzes Magazin verballert für einen. Das war vorher besser. Okay, jetzt hier umschauen, hier ist nichts. Was sieht von den Filtern her aus? Ich habe zwar keine Ahnung, was mir die Uhr anzeigt, ganz ehrlich, aber ich sehe, da kommt einer. Aber ich weiß, dass hier am linken Rand die Filtern gezeigt werden, die ich noch habe. Ich habe einen neuen Filter draufgeschraubt. Was, Ratten? Ich sehe die Ge... Ich höre die Geiste der Toten, oder was? Wo crouch ich eigentlich die ganze Zeit? Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt. Und ich hoffe es. Aber ich bezweifle es irgendwie auch ein bisschen. Was bist du hier? Aufzug. Was ist da drin? Alter, nichts kann ich hier öffnen. Schon wieder so ein Schuss. Alter, das muss doch Burpen sein, oder? Was habe ich hier? Will ich die tauschen? Auch nicht. Noch 15 Filter. Das ist irgendwie hoch, oder? Nein, woher muss ich denn hin? Da lang muss ich. Fuck it! Ich glaube, der hervorragend. Ich hätte noch den anderen kaufen sollen. Ich hätte den anderen kaufen sollen. Ich will da rein. Erstmal da rein. Fuck! Boah, Alter, den habe ich gar nicht gesehen. Alter. Oh, du bist tot. Okay. Das sah man nicht so deutlich. Danke. Da ist nachgeladen. Da kann ich nicht mehr nachladen. Okay. Den könnte ich wechseln, aber das wäre dumm. Offenen, schlechteren Revolver zurückzugreifen. Wie sieht es eigentlich aus hier? Hallo? So. Finden Sie einen Eingang zur Organisation und ich muss außen herum gehen und ich... Was heißt es? Mit Burpen hinter dem Hotel treffen? Ne, was heißt es? Hm, keine Ahnung. Die Maske ein bisschen verschmiert. Bitte lasse da was Gutes drin sein für mich. Jawoll! Okay, wie sieht es aus? Das ist aber nicht so gut. Ich habe... Keine Ahnung, was da passiert. Was ist der Unterschied hiervon? So ein Unterschied... Jetzt. Gar nicht. Oder? Gar keiner. Okay, hier ist wahrscheinlich... ...zu. Okay, es hat mich glaube ich ein bisschen beeilen. Okay. All das. Was? Das war's. Oh Okay Ist hier noch irgendwas? Stand da nicht gerade einer? Nein Offensichtlich nicht Hält ich jetzt noch gleich durch geschafft haben, oder? Es kann nicht mehr weit sein Es kann noch nicht mehr weit sein Der hat auch so'n Däschchen Hä? Wo zum Teufel muss ich hin? Da oben war einer Aber hier durch ist auch falsch Und hier lang? Hä? Wo muss ich denn hin? Wo ich da rein? Nein Ach da Lern wir mal einen Filter schrauben Keine Ahnung Keine Ahnung Ganz ehrlich Müssen wir mal jemand erklären was diese Uhr bedeutet Wie die zu lesen ist Fuck Fuck Bitte nicht Alter Alter Ja klar Komm Hallo Ich bin tot Ich bin tot Nein Nein Jetzt aber gleich Ich hab keinen Medipack mehr Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Zerstört Zerstört Auch bald mal eine neue Okay Ich hätte die Trommel von Die Die Revolverschrotflinte dann nehmen sollen Aber nein Aber nein Ich wusste ja besser Ich wusste ja besser Aber Dass ich hierfür halt So wen ich Munition habe Ist halt auch nicht gerade hilfreich Bin bestimmt gleich da Ich muss wahrscheinlich nur über die Straße rüber oder so Keine Ahnung Und ich hab mich schon gelootet ja Alter der hat da noch Munition drin Meine Güte Okay Ich geh mal hier raus Ich bin hier richtig Ja das zeigt gerade aus Das ist gut Da runter Komm schon ich will die neue Gasmaske Ja Ja Sehr schön Okay Immerhin etwas Fuck Und dann fliegt er davon Muss ich hin? Da lang Da lang Ach ich muss doch da unten runter Ah ok Ich hab dich gesehen Ich hab dich gesehen Oh Mann Muss ich hin? Natürlich Natürlich Okay er fliegt aber weg Das ist gut Okay Der hat sonst nichts dabei Hey Wo muss ich denn hin? Wo muss ich hin? Ich bin überfordert Was zu... Ach hier hoch Ach hier hoch Ok ok Da rein Ich seh den Stolperdraht Gleich mal entschärfen Danke Ich seh auch den Stolperdraht Der führt Da hin Wo führt der Stolperdraht hin? Da hin Da hin Ok Ich hab die schwere Ausrüstung genommen Und bin nach Norden zur Messestation gegangen Wir haben riesige Probleme mit unseren alten Freunden Wenn ich in ein paar Tagen zurück bin Versammle unsere Männer Und sag dem Oberst Bescheid Viel Glück Ich hab keine Ahnung was das bedeutet Ich glaub das... Rot ist doch wie gut wir zu sehen sind oder? Das ist was wie die Stairsanzeige Oh ich seh ich beinahe vergessen dass das was ich da drüben springen muss Mach ich aber gar nicht Pass auf ich mach das so So Dann tue ich mir da halt nicht weh So Ach geschafft Geschafft Kann ich die Ecke abnehmen hier? Nein Okay Das heißt ich muss auf jeden Fall noch weiter So Da geht's weiter erstmal hier durch Aber wo es hier hinführt Und was wir da finden Das sehen wir In der nächsten Folge Bis dahin auf Vielen Dank.